Ähm, irgendwie hab ich gerade... Egal. Wo gehen wir alle um uns rum? Äh, geh mal in die Hütte, Steffi. Oh. Okay. Du mal deinen Quad raus. Außerdem warte mal. Hier und bleib mal stehen. Okay. Äh, Steffi. Guck mal. Siehst du, dass wir komplett unterschiedlich aussehen? Hey, nicht direkt schießen. Äh, ja. Andere... Dad. Dad.